Von schmerzhaften Bissen bis zu gefährlichen Stichen. Lass uns einen Blick auf die 10 gefährlichsten Tiere des Amazonas-Regenwalds werfen. Nummer 10 24-Stunden-Ameise Der Regenwald ist voll mit Insekten und Spinnentieren, vor denen du dich in Acht nehmen solltest. Aber wir dachten uns, dass wir am besten mit der 24-Stunden-Ameise beginnen. Viele bestätigten bereits, dass es sich bei der 24-Stunden-Ameise um den schmerzhaftesten Insektenstich bzw. Biss handelt. Wurdest du schon jemals von einer Biene gestochen? Der Stich dieser Ameise ist ungefähr 30 Mal so schlimm und kann über 24 Stunden lang anhalten. Daher auch der Name 24-Stunden-Ameise. Also, wieso ist diese Kreatur tödlich? Wenn du genug davon bekommst und einige Male gestochen wirst, dann haltet dein Körper den Schmerz nicht lange aus. Nummer 9 Die grüne Anaconda Schlangen sind Teil des Regenwaldes und sie sollten respektiert, genauso wie gefürchtet werden. Denn sogar die kleinsten Schlangen könnten dich umbringen. Aber wenn du in den Amazonas gehst, dann findest du heraus, dass dort eine viel größere Art der grünen Anaconda auf dich wartet. Diese Schlange ist massiv und kann bis zu 9 Meter lang werden und über 200 Kilogramm wiegen. Nun denkst du dir vielleicht, dass sich eine solche Schlange am Land oder in Bäumen befindet. Aber da liegst du falsch, denn die grüne Anaconda ist im Wasser zu Hause. Sie kann sich trotz ihrer Größe schnell im Wasser bewegen und das kann schnell tödlich enden, wenn sie dich angreift. Zusätzlich verwendet die Schlange ihre Größe, um große Beute zu erlangen. Auch Großkatzen wie Jaguare, Schweine und sogar Menschen. Nummer 8 Baumsteigerfrösche Diese Kreatur ist für viele Dinge bekannt, aber hauptsächlich für ihr Gift. Diese Frösche sind häufig sehr klein, aber sie enthalten genügend Gift, um mehrere Menschen zu töten, genauso wie andere Tiere. Das Aussehen dieser Frösche ist nicht nur einzigartig, sondern auch hilfreich. Denn es hilft ihnen dabei, Raubtiere von ihnen fernzuhalten, da sie wie etwas aussehen, das sie nicht essen. Und für die Tiere, die dumm genug sind, diesen Frosch zu probieren, es wird höchstwahrscheinlich ihr letztes Mal sein. Die Einheimischen des Amazonas verwendeten das Gift des Frosches, um Giftpfeile herzustellen. Es gibt auch welche, die das Gift für medizinische Zwecke verwenden. Nummer 7 Zitteraal Lass uns ins Wasser des Amazonas eintauchen. Es gibt viele Schrecken, die sich in diesen Gewässern befinden, aber nur wenige werden dir einen Schock zubereiten, wie es der Zitteraal tut. Um fair zu bleiben, der Zitteraal ist nicht die größte Bedrohung für Menschen, obwohl schon einige starben, während sie sich in ihnen verfingen. Die Elektrizität in dieser Kreatur ist stärker als 5 Steckdosen. Genauso kann es mehrere Schocks aussetzen, ohne sich dazwischen aufladen zu müssen. Der Zitteraal hat einige Organe, die genügend Elektrolyte kreieren, um 600 Volt zu erreichen. Deren durchschnittliche Größe liegt zwischen 1,80 Meter und 2,40 Meter. Nummer 6 Moorenkämen Von Wassertiefen bis hin zum Ufer. Jeder hat Angst vor Krokodilen und Alligatoren. Im Amazonas gibt es jedoch eine Art, vor der du dich in Acht nehmen solltest. Diese bestimmte Alligatorenart kann bis zu 6 Meter lang werden und ist somit eine der größten Alligatoren auf der Welt. Dieses Raubtier ist eines der tödlichsten im Amazonas und es verwendet dessen Größe und massives Kiefer, um Beute zu fangen, große sowie auch kleine. In manchen Fällen ertränkt der Mooren die Beute, während diese im Maul um ihr Leben kämpft. Ein anderes Mal schlucken sie die Beute als Ganzes. Es wurde bereits von einigen Angriffen auf Menschen berichtet, aber sie greifen nur an, wenn sie glauben, dass es eine einfache Beute ist. Alligatoren sind dafür bekannt, geduldig zu sein, da sie häufig nur einmal angreifen. Also wenn sie deren Nahrung nicht beim ersten Angriff bekommen, dann warten sie, bis etwas anderes vorbeikommt. Aber teste deren Geduld nicht. Nummer 5 Jaguar Ja, es ist Zeit, sich mit den Katzen zu beschäftigen. Wenn wir über die tödlichsten Katzen im Amazonas sprechen, dann ist der Jaguar ziemlich sicher die Nummer 1. Was den Jaguar so interessant macht, ist deren Variation an Essen, das sie verzehren. Wissenschaftler sagen, dass Jaguare 87 verschiedene Tierarten fressen, was nicht nur sehr überraschend ist, sondern auch sehr gut für sie, wenn man den Ort berücksichtigt, an dem sie leben. Also der Jaguar frisst alles, was er finden kann und er ist damit auch ziemlich zufrieden. Als ob diese Kreatur noch mehr benötigt, um angsteinflößend zu sein, ist er auch noch die drittgrößte Katze der Welt, gleich hinter den Tigern und Löwen. Sie haben auch keine Angst vor Wasser und so können sie der entkommenden Beute einfach nachschwimmen. Sie haben auch massive, kräftige Zähne. Obwohl der Jaguar kleiner als der Löwe und Tiger ist, ist sein Biss stärker als der von den anderen beiden Kreaturen. Der Biss ist stark genug, um durch einen Schädel zu beißen. Leider wurde der Jaguar auch so stark gejagt, sodass es sich nun um ein gefährdetes Tier handelt. Nummer 4 Bullenhai Aha, du hast wohl auch keinen Hai im Regenwald erwartet, oder? Leider für Menschen und andere Beute ist der Bullenhai Teil des Ökosystems im Amazonas-Regenwald. Dem Bullenhai ist es möglich, in Süß- sowie auch in Salzwasser zu leben. Der Amazonas-Fluss ist der perfekte Ort für sie, was schlecht für die Menschen ist. Aber warum? Naja, es gibt 480 Hai-Arten auf der Welt und drei von diesen sind dafür bekannt, Menschen anzugreifen. Und ja, der Bullenhai ist einer dieser drei. Der Grund dahinter ist eigentlich unklar, aber viele glauben, dass es in deren Natur liegt, nicht zu vergessen, dass sie eine aggressive Persönlichkeit haben. Wenn er nicht gerade Menschen tötet, dann frisst der Bullenhai Fische und sogar Delfine, Vögel und andere Säugetiere. Es gibt bestimmte Tiere, die du sofort als Killer identifizierst, wenn du deren Namen hörst. Eine dieser Kreaturen auf dieser Liste ist ohne Frage der Piranha. Egal ob du diesen Fisch von Filmen, Fernsehsendungen oder Dokumentationen kennst, du weißt, dass die Piranha-Kreaturen verschiedener Größen bis auf die Knochen frisst. Auch Menschen, was nicht nur bewiesen wurde, sondern auch in vielen Horrorfilmen gezeigt wurde. Aufgrund von vielen Serien und Filmen gibt es auch einige falsche Auffassungen über Piranhas. Zum Beispiel attackieren sie nicht immer Gruppen und sie haben auch kein Verlangen nach Menschenfleisch. Es wurde sogar bewiesen, dass Piranhas Menschen nur attackieren, wenn sie provoziert werden oder wenn sie am Verhungern sind. Also wenn du erst von Piranhas angegriffen wirst, dann bist du so gut wie tot. Deren Zähne sind klein, aber scharf und es ist ihnen möglich, durch alle fleischartigen Kreaturen zu beißen. Sie können massive Bieste erledigen oder auch die kleinsten Fische innerhalb von Minuten oder Sekunden töten, abhängig davon, wie viele von ihnen sich an der Beute ernähren. Das Gute an ihnen ist, dass sie Fische sind und sie sich somit auch im Amazonasfluss befinden. Also wenn du auf ein Boot gehst, dann vergewissere dich besser, dass du nicht ins Wasser fällst. Nummer 2 Brasilianische Wanderspinne Gegen Ende dieser Liste erwähnen wir noch einige Krabbeltiere, die dich aus den Socken hauen, aber aus einem ganz anderen Grund. Die Brasilianische Wanderspinne verdient ihren Namen eindeutig, denn der griechische Name übersetzt lautet Mörder. Somit fürchten sich die Griechen vor dieser Kreatur, aber du solltest auch Angst vor ihnen haben. Du denkst dir jetzt vielleicht, dass du einfach Ausschau nach einem Spinnennetz halten kannst und sie somit von dir fernhältst. Aber nein, diese Spinnen machen keine Netze. Sie wandern am Boden des Dschungels, was bedeutet, dass du auf den Boden schauen solltest, um sicher zu gehen, dass du ihnen nicht zu nahe kommst. Nicht, dass das helfen würde, weil diese Kreaturen nachtaktiv sind. Sie suchen nach ihrer Nahrung in der Nacht, wenn du im Tiefschlaf bist und sie haben auch dann eine gute Sicht. Wenn du jedoch auf eine untertags stehst, dann solltest du so schnell wie du nur kannst wegrennen, denn sie werden dich einige Male versuchen zu beißen. Die brasilianische Wanderspinne ist einer der tödlichsten Spinnen auf der Welt und deren Bisse sind so giftig, dass wenn du nicht sofort behandelt wirst, du daran stirbst. Nummer 1 Mücken Bist du überrascht? Ich meine, ich habe dir von Alligatoren, Jaguaren, Piranhas und Spinnen erzählt und dennoch befindet sich die Mücke auf dem ersten Platz. Denn egal wo du dich befindest, Mücken sind immer nervig, aber wenn du dich im Amazonas befindest, dann sind sie tödlich. Mücken sind dafür bekannt, Krankheiten zu übertragen und im Amazonas ist eine dieser Krankheiten Malaria, was sehr schnell tödlich enden kann, wenn du nicht geimpft bist. Zusätzlich, nicht wie andere Kreaturen auf dieser Liste, auch nicht wie die Spinnen und Ameisen, sind Mücken fast unmöglich zu sehen, wenn du dich umsiehst. Sie sind klein und können sich dir unbemerkt nähern, dich beißen und die Krankheit übertragen und dann wieder wegfliegen. Es gibt zwar einige Mücken-Sprays, die Mücken davon abhalten, sich dir zu nähern, aber einige Studien über Amazonas Mücken zeigen, dass sie resistent dagegen sind und wenn sie nicht durch den Spray ferngehalten werden können, dann kannst du dich schon auf etwas vorbereiten. Hast du bald eine Reise in den Amazonas geplant oder warst du bereits schon dort? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal!